Jetzt geht es uns um einen Mann, der als deutscher Jude wieder zurückkam nach dem Zweiten Weltkrieg und das deutsche Geistesleben sehr geprägt hat, nämlich Max Horkheimer. Menschen, Ereignisse, Geschichte. Das MDR Kultur-Kalenderblatt. Ich vertrete der Frankfurter Schule, Marx-Interpret, ein Mann, der die Dialektik der Aufklärung erforschte, gemeinsam mit Theodor W. Adorno. Ein Mann auch, der versuchte in seiner Kritik der bürgerlichen Gesellschaft die Gefahren aufzuzeigen, die der Faschismus mit sich bringt, wenn er nicht rechtzeitig erkannt wird, weil er sich langsam aus einer kapitalistischen bürgerlichen Gesellschaft entwickeln kann. Max Horkheimer, vor 125 Jahren wurde er geboren. Ich habe den Gedanken, dass die Gesellschaft sich auf eine immer ausgedehntere Verwaltung hinbewegt. Diesen Prozess nicht allmächtig werden zu lassen, ist die Aufgabe derer, die es mit dem Menschen noch ganz ernst nehmen. Der Philosoph Max Horkheimer umreißt hier sein Gesellschaftsbild im Jahre 1968. Interessant, die Aufgabe, von der er spricht, drückt eine Hoffnung aus, für die es im Horkheimer'schen Sinne keine Veranlassung gibt. Denn die Aufgabe lösen kann nur der einzelne Mensch. Und der wird in einer verwalteten Gesellschaft selbst verwaltet, ist gelenkt. Das Überqueren einer Straße war um 1900 Angelegenheit der Person. Man ging nach eigenem Entschluss auf die andere Straßenseite. Heute blicken 30 Augenpaare auf die Ampel und gehorchen dem Befehl. Horkheimer kommt in Stuttgart zur Welt. Als einziger Sohn des Fabrikanten Moritz Horkheimer war ich seit meinen ersten Lebensjahren dazu bestimmt, in der Leitung der industriellen Werke meines Vaters dessen Nachfolger zu werden. Pläne, denen der Sohn einen Riegel vorschiebt. Er studiert Philosophie, Psychologie, Nationalökonomie, steigt 1930 zum Chef des Frankfurter Institutes für Sozialforschung auf. Womit sich auch die Ausrichtung des Instituts grundlegend änderte. Er wollte im Grunde genommen den Marxismus auf eine ganz neue wissenschaftliche Stufe bringen, in dem er unterschiedliche Disziplinen zusammenführen wollte. Sagt Axel Honneth, ab 2001 selbst lange Zeit Direktor des Institutes in Frankfurt am Main. Für das Institut ist nach der Machtübernahme der Nazis in Deutschland kein Platz mehr. Den Juden und Materialisten Horkheimer verschlägt es mitsamt seinem Institut in die USA. Und er forscht weiter mit kritischem Blick auf die Gesellschaft. Der Kapitalismus sei, so Horkheimer, In der heutigen Phase die im Weltmaßstab organisierte Ausbeutung. Seine Aufrechterhaltung ist die Bedingung unermesslicher Leiden. Diese Überzeugung versperrt ihm allerdings nicht die Sicht auf die Bedingungen in dem Land, in dem der Kapitalismus angeblich schon überwunden ist. In der Sowjetunion. Bei den Russen wird mit dem Parlamentarismus zugleich die Größe liquidiert. Ein Lebender darf nicht groß sein. Groß ist nur ihr wahren Zeichen, der völkerfressende Feldmarschall. 1950 steht für Horkheimer seine Rückkehr nach Deutschland endgültig fest. Seinen kritischen Blick hat er sich bewahrt und bewahrt ihn auch künftig. Der Philosoph reflektiert über die verwaltete Gesellschaft, in der die Bürokratie allmächtig sei. Er sieht Zerfall und Zerstörung, die Gewalt der Maschinerie den Menschen überformen, die Massenkultur die Schöpferkraft des Einzelnen kassieren und das Ende des Individuums nahen. Horkheimer vermag Letzterem sogar Gutes abzugewinnen. Mit Egoismus und Eigenliebe sei es nun vorbei. Zynismus? Wohl eher die Fähigkeit, des dialektisch denkenden Philosophen selbst dem Negativen Positives abzugewinnen. Max Horkheimer, der große deutsche Philosoph. Vor 125 Jahren wurde er geboren.